Tja, was machen wir jetzt? Ich will nicht, dass der Lumpy geht. Ich will nicht, dass der Lumpy geht. Da gibt es bestimmt noch was anderes. Ja, das stimmt wohl. Ja, die Profile könntest du rein theoretisch dann auch in dem Xbox-Account, das würde auch genau auf dem PC. Das hat mit der Xbox speziell nichts zu tun. Das ist ja der Account in dem Sinne. Die Flüsse beginnt zu füllen, größer und schmerz. Alter. Hat er sich hier einfach geopfert jetzt? Lumpy. Grace felt a change come over her. Slits opened in her neck. Gills. She can now breathe underwater. The wish has been granted. Was? Fischmensch jetzt, oder was? Der Mann von Atlantis. Kennt es noch einer? Kennt noch einer diese Serie? Mit Patrick Duffy. Ja, dass du die nicht kennst, ist mir klar, du bist zu jung. Da war ich noch ein kleines Kind, da lief die im Fernsehen. Was? Ja. Was? Looks murky, but she had to brave its depths. Nee, es ist kurz vor drei. Was? Nee, oder? Oh man, die Oma. But as soon as I close my eyes, the thoughts keep circling back. Wir hätten dort sein sollen. We should have been there. We drove to the hospital first thing in the morning. No one said much. It seemed to take forever. I've never seen a dead body before. It might be scary. But it's just grand. Right? Yeah, man. Maybe I should have stayed at home. When we finally arrived, I wasn't so sure about being there at all. We went up the stairs to room 305. Grand's room. Mom gently put her hand on my back. And asked me if I wanted to wait outside. I said... Yes. Have you ever seen a dead body? Also, not a dead body. Although, it would also count. Have you ever seen a dead body? Plastic benches in a sea of blue linoleum. And it smells like Ben's bottom cream. A little doodling should distract me from this dreary place. A little doodling should distract me from this dreary place. That's cooling me. Dad had his arm now, Mom. I've never seen her like this. Moms shouldn't cry. They are strong. They are women, to know what to do. Always. I guess losing your own, Mom, makes you feel like a kid again. The drive home was a quiet one again. It's silly, but I keep thinking back to Grand's favorite vase, the one Granddad gave her. I was really excited about that. Even if Grand had told me not to do. Even if Grand had told me not to do. Even if Grand had told me not to do. Grand was there in an instant. Gar nicht mehr. I waited for her to shout. She didn't. She just looked sad. And somehow, that was worse. Grand wouldn't let me pick up the pieces. She found every single one. And carried them into the kitchen. Later I sneaked in. Ja, die Oma ist gestorben, hier von der kleinen. With a tube of glue in her. Good, this is her. It was a mess. Yes. I got glue everywhere. But Grand smiled when she saw the vase. She put it in the cupboard. Later I found it again. When I saw her, why she had been to the vase, she smiled again. Grand always says. We can't hold on to things forever. Let them live in your memories. She said she preferred to keep the vase like she remembered it. Maybe I hurt Grand's heart. Weakened it. That can happen, can't it? Maybe this is all my fault. I should have listened to her. I shouldn't have run in the house. Now everything is broken. If I'd started my story sooner, Grand could have read it. It might have helped. I could... I could... I could have fixed... I would have fixed her heart. Do you have to tell your family? Ahem. Really? Ich weiß gar nicht, wie ich meine Geschichte fixiere. Es ist ein Schuss. Ich habe Grace verlassen, um in die Schmerzen zu sinken. Sie ist komplett alleine. Sie hat sich hinter einem Lumpf. Ihr einzigen Freund. Okay. Fokus, Izzy. Wie kann ich die Geschichte fortsetzen? Wie fühlt sich Grace gerade? Schuldig, ambivalent oder gerechtfertigt? Schuldig? Es hätte bestimmt noch einen anderen Weg gegeben. Sie ist ähnlich wie der Daniel. Nehmen wir schuldig? Ich bin eben schuldig. Drei, zwei, eins. Guilty? Wir sind irgendwo. Jetzt schauen wir mal. Die Merchants waren wahr zu ihrem Offer. Ich weiß, es ist kacke. Aber ich habe morgen leider ziemlich viel vor. und ich kann nicht pennen bis Uhr. Ich muss pünktlich ins Bett heute. Ich weiß, Daniel. Es ist kacke. Ich würde auch wirklich gerne weitermachen. Es ist kacke. Es ist kacke. Es ist kacke. Es ist kacke. Und es ist kacke und verrückt. Ja, Mann. Ihr haltet mich vom Schlafen ab. Päh! Aber nicht mehr so lange. Ich wünsche, Lumpa hier hätte sich gewesen. Ok, bis halb. Es ist halb, okay? Halbeschwemmchen noch. Ich euch auch. Links oder rechts? Ah! Ich kaot. Sunny hat zuerst geschrieben, wir gehen rechts. This one. Alright, another branching tunnel. Links oder rechts? Links oder rechts? Ich glaube, es kommt eh auf dasselbe drauf raus. Könnte ich wetten. Wir gehen jetzt einfach mal weiter runter. Aber... A dead end. Oh, ich wusste es! Wrong tunnel. Nein. There muss be a way. Think, Grace, think. Wie wäre es einfach mit schwimmen? Ich muss schwimmen, weiterschwimmen. Ist das der richtige Weg? Oder vielleicht hier? Ich gehe jetzt links. Sonst kommen wir in einer halben Stunde überhaupt nicht vorwärts. Wenn wir hier jetzt so ständig... Gwace hat Lump go letto. She needed to decide her own path. Alone. The submerged tunnels flared outwards. A tangled mess of caverns and hollows. Twisting and turning. habs wort verloren ich muss den dragen finden hallo 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 geht nicht ganz klein bisschen die war wohl richtig dass wir gefallen sind war gescriptet sie find herself amidst a great coral bed shimmering with color and life wow this is beautiful no focus i have to find the dragon no matter what beautiful and now is it all broken? it grows back right? bye